Moin Leute! Viele fragen mich immer, wo eigentlich der Unterschied ist zwischen der REV 2.0 und der Vario. Viele denken immer, die Vario ist vielleicht die günstigere Variante. So ist es aber nicht. Ich bringe etwas Licht ins Dunkle und erzähle euch auch am Ende, für was das ganze Zubehör ist. Los geht's! Die klassische REV 2.0 von Thor war mit einem normalen Aluminium-Goodman-Handle, oder ist sie immer noch, mit einem Scooter-Loop optional dazu bestellbar und dem sogenannten Wechselsystem, was man auch dazu bestellen kann. Der Wechselsystem hat einfach den Vorteil, ich kann den Brenner lösen und könnte den theoretisch unter Wasser tauschen. Aber für mich den ganz großen Vorteil, ich kann ihn rausnehmen und habe ein Videolicht, mit dem ich schön ausleuchten kann. Das ist für mich der ganz große Vorteil daran. Für viele gab es das Problem, dass sie gesagt haben, die Corona ist einfach viel zu weit bei der Thor. Deswegen gab es die Option, dass man hier diesen Ring rausnimmt. Dafür gibt es auch so ein Werkzeug. Und konnte diesen Low-Light-Ring hier draufsetzen. Das ist jetzt die größte Variante, der baut sehr extrem weit auf und dann gibt es noch eine kleinere Variante. Dadurch ist das Licht noch mehr gebündelt. Gerade in Schwebeteilen, bei Schwebeteilen super vorteilhaft. Dann gab es noch diese Option, sodass wenn man sagt, man will ein bisschen griffigeren Griff haben, konnte man das raufstecken. Oder gerade bei mir, kleinen Kinderhänden, dass man es hier enger stellen kann. Weil meistens ist das hier dann zu breit. Und dadurch kann man den hier raufstecken, dann wird es hier enger. Kann man verstellen. Diese ganzen Sachen gibt es dazu, die man sich dazu besorgen kann. Genauso auch hier diesen Ball-Mount, um in ein Ball-Mount-System einzuklingen. Man hat so ein Video-Licht. Auch das gibt es als Zubehör bei Thor zu kaufen. Und auch diese GoPro-Halterung, die hier raufgesteckt wird. Und man hat die GoPro. Und dieser hintere Teil wird genauso auch bei der Vario verwendet. Deswegen kann man sagen, die Vario und REF 2.0 sind eigentlich gleiche Lampen. Weil der hintere Teil, das ist die eigentliche Lampe, ist genauso auch in dem Vario-Händel. Der Unterschied zum Vario-Händel, äh das Vario-Händel zum REF 2.0-Händel, das hier ist komplett aus 3D gedruckt. Der Nachteil sieht nicht ganz so edel und hochwertig aus, wie vielleicht das Aluminium-Händel. Aber es ist von der Funktionalität genial, weil es ist hier mehr abgerundet. Liegt dadurch viel schöner auf dem Handrücken, was sehr angenehm ist. Dadurch schuppert es einem hier nicht. Ich war jetzt gerade im Februar in Mexiko und ohne Handschuh tauchen. Da war das super angenehm, hier so ein schön abgerundetes Handel zu haben. Und den großen Vorteil, man kann es super einfach verstellen, indem man hier einfach runter wiegt. Man kann es so noch in der Höhe verstellen, was super schnell verstellbar ist. Das ist der ganz große Vorteil. Und was noch dazu kommt, hier ist auch schon fest der Scooter-Look dran. Und man hat hier automatisch auch schon das Wechselsystem drin. Eigentlich alles das, was man hier oft extra kaufen muss, kann man hier also schon direkt so mitbestellen. Dann gibt es noch einen neuen Kopf. Und dieser Kopf ist einen Ticken kleiner als der klassische REF 2.0 Kopf. Und den kann man hier reinschrauben. Und der trägt nicht so groß auf. Man kann aber auch genauso den großen Reflektor benutzen. Auch für die Leute, wo hier immer noch zu starke Corona ist, weil zu viel Schwebeteile, gibt es auch für den Lampenkopf die sogenannten Low-Light-Rings. Kann ich auch hier wieder reinschrauben. Und habe somit auch wieder weniger Corona. Ihr seht schon, wie modular das alles ist. Das ist der ganz große Vorteil bei diesem Lampensystem. Ich kann diesen Low-Light-Rings, ich habe den Reflektor, ich kann das Handle benutzen. Klar, umso größer der Reflektor, umso mehr Corona. Umso kleiner, umso enger die Corona. Gerade wenn viele Schwebeteile sind. Da muss man dann entscheiden, wo taucht man so. Sonst kann man sich überlegen, mag man das klassische Aluminium-Handle oder das Vario-Handle. Und da ist der große Unterschied, das Handle ist eigentlich der Unterschied Vario zu Ref 2.0. Ich denke, für die Taucher, die diese Modularität lieben, ist das genau die richtige Lampe. Wenn ihr sagt, das brauche ich alles nicht, dann solltet ihr euch die Tauri oder Türe anschauen. Ich hoffe, ich habe all eure Fragen jetzt aufgeklärt und hoffe, dass ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.